Hilfe! Eine Arzt! Hilfe! Immer steht die Kaiserin, sie ist geschnürzt. Hohen Sie Dr. Seeburger! Erstmal der Arzt hat sie ihn geblieben. Hilfen Sie mir die Kaiserin zu gehen. Gott sei Dank ist es immer bei sich. Warum Sie schmerzen? Nein. Es geht um ihn. Was ist das Gefäng? Sie lag da nur im Regen. Ohnmächtig. Es muss ja schon nicht geworden sein. Kein Wunder, sie ist ja nicht. Lassen Sie uns allein. Der Pust 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 Vielen Dank.